Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an den 25. Oktober. Frau in Schwalmstadt-Polizeiwache erschossen, Riedbahnsanierung liegt bislang im Zeitplan und Sieg für Eintracht Frankfurt in der Europa League. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei einem Polizeieinsatz im nordhessischen Schwalmstadt ist am Donnerstagmorgen eine 20-jährige Frau erschossen worden. Beamte seien nicht verletzt worden. Hessens zum Tatort geeilter Innenminister Roman Poseck sprach von einem Angriff auf eine Polizistin und drei Polizisten vor einer Polizeiwache. Die Betroffenen würden nun psychologisch betreut, sie waren in großer Gefahr. Die verletzte 20-Jährige war trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch im Rettungswagen gestorben. Die Frau habe nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Außenbereich der Wache eine Waffe gezogen und auf die Polizisten geschossen. Daraufhin hätten wiederum die Beamten ihre Schusswaffe eingesetzt. Der genaue Ablauf und die Hintergründe müssten noch ermittelt werden. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen, terroristischen oder ähnlichen Hintergrund. Laut Innenministerium war die Frau Polizei bekannt. Zu den Schüssen kam es frühmorgens gegen 6 Uhr, die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt. Weiter geht es in Nachwiesbaden. Dort geht die Umgestaltung des Schlossplatzes ihren nächsten Schritt. Seit Donnerstag früh sind die insgesamt 26 Bäume auf dem Vorplatz zwischen Marktkirche und dem Hessischen Landtag Geschichte. Sie wurden gefällt. Der Grund ist bekannt. Die Stadt plant bereits seit 2016 die Neugestaltung des rund 6.600 Quadratmeter großen Schlossplatzes, um ihn auch für den eigenen Veranstaltungskalender für die Zukunft zu ertüchtigen. Den aufgereihten Bäumen rund um das Denkmal von Wilhelm von Nassau wurde von Seiten des Grünflächenamtes keine Überlebenschancen zugesprochen. Extrem Bodenverdichtung, starke Trockenheit und Hitze im Sommer hatten die Bäume stark geschwächt. Einige waren bereits gefällt, andere nicht mehr standsicher. Auch deshalb entschied man sich dafür, die Neugestaltung zu nutzen, um alle Bäume zu entfernen. Als Ersatz sollen nun 24 neue klimaresistente japanische Kirschbäume, Tulpenbäume und fruchtlose Maulbeerbäume eingepflanzt werden. Eigentlich wollte die im rheinhessischen Gau Bickelheim ansässige Großmetzgerei Sutter am Mittwoch im Biebricher Gewerbegebiet in der Otto-Wallach-Straße seinen im Vorfeld groß angekündigten Werksverkauf eröffnen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Aus organisatorischen Gründen habe man die Eröffnung verschieben müssen, hieß es schon am Dienstag auf der Firmenhomepage. Aber sie werde schnellstmöglich nachgeholt, versichert das Unternehmen. Über die tatsächlichen Gründe der Verschiebung wolle man nichts sagen. Auch nicht darüber, was hinter der Formulierung schnellstmöglich im Detail steckt. Wiesbaden-Biebrich wäre der erste hessische Standort von Sutter. Das hessische Corona-Aufholprogramm Löwenstark, der Bildungskick, sollte pandemiebedingte Lernrückstände beheben. Nun wurde das Budget für das Programm drastisch reduziert. Seit diesem Schuljahr wird es nur noch in reduzierter Form fortgeführt. Das geht aus der Antwort des Kultusministers Armin Schwarz von der CDU auf eine Kleine Anfrage des grünen Abgeordneten Daniel May hervor. Ursprünglich war das Programm seit dem Schuljahr 2021-2022 mit insgesamt 151 Millionen Euro ausgestattet. In diesem Schuljahr stehen nur noch 5,8 Millionen Euro zur Verfügung. Hessische Schulen erhalten zudem keine direkten Zuschüsse über das eigene Schulbudget mehr, Die Maßnahmen werden zentral vom Land organisiert. Die hessischen Grünen kritisieren daran, dass es viele dieser genannten Maßnahmen auch schon vor Corona gegeben hätte. Die Entscheidung grenze an Realitätsverweigerung und sei unverantwortlich, kritisiert Daniel May. Gute Nachrichten für alle Pendler, die mit der Bahn unterwegs sind. Die Generalsanierung der Riedbahn soll laut Bahn wie vorgesehen zum Beginn des Winterfahrplans am 15. Dezember abgeschlossen sein. Die in dieser Woche erreichten ersten 100 Tage der Sanierung seien gut genutzt worden. Laut Projektleiter Julian Fassing seien die Arbeiten mit schwerem Gerät nahezu abgeschlossen. Mehr als 100 Kilometer neue Gleise und mehr als 120 Weichen wurden gelegt. Auch hunderttausende Tonnen erneuerter Schotter sind am Bestimmungsort im Gleisbett. Alle Nahverkehrs- und Güterzüge könnten künftig mit ihrer jeweiligen Höchstgeschwindigkeit auf der Riedbahn fahren. Im Fernverkehr werden abschnittweise Höchstgeschwindigkeiten bis Tempo 200 möglich sein. Laut Bahn habe man von den Arbeiten an der Riedbahn viel gelernt, auch für künftige Generalsanierungen. 2025 folgen die Strecken Hamburg, Berlin und Oberhausen-Emmerich. Ein wichtiger Faktor seien extrem schnelle Entscheidungen während der Arbeiten, bei denen viele Firmen parallel tätig sind. Während der Generalsanierung werden die vier- bis fünffache Arbeitsmenge sonstiger betrieblicher Baumaßnahmen erledigt. Und nun zum Sport. Eintracht Frankfurt ist knapp an der Blamage vorbeigeschrammt. Mit einem knappen 1-0-Sieg gegen den krassen Außenseiter Riga FS sicherten sich die Mannen von Trainer Dino Topmöller die nächsten drei Punkte in der Europa League. Der eingewechselte Hugo Larsson erzielte das Tor des Tages, trotzdem mussten die Frankfurter bis zur letzten Minute zittern. Gestimmt hatte am Ende nur das Resultat, zur Pause hatte es noch Pfiffe der unzufriedenen 56.600 Fans gegeben. Der Sieg gegen die eher zweitklassigen Letten war zwar verdient, aber doch glücklich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de